Corona-Demonstranten sorgen in Linz für Chaos. Bei einem Autokorso wird ein Linienbus gestoppt. Rabiate Szenen werden dabei mitten in Linz gefilmt. Gegen 13.30 Uhr stoppt ein Fahrer eines Pickups vor der Nibelungenbrücke einen Bus, indem er mit einem äußerst gefährlichen Manöver den Busfahrer zu einer Notbremsung zwingt. Der oberösterreichische Neos-Clubobmann Felix Eipeltauer kommentiert die Szenen mit Sarkasmus. Dass es Corona-Demonstranten und Demonstrantinnen vor allem um ein gutes Miteinander und die Freiheit ihrer Mitmenschen geht, das weiß ganz Österreich und sie beweisen es auch immer wieder eindrucksvoll. Die Polizei gibt bekannt, dass insgesamt 65 Anzeigen nach der Straßenverkehrsordnung erstattet werden.